Wegen schwerer häuslicher Gewalt, Clint Eastwoods Tochter Francesca festgenommen Beverly Hills, USA, Polizeieinsatz bei Hollywood-Nachwuchs, Francesca Eastwood, 31, Tochter von US-Schauspieler Clint Eastwood, 94, ist kürzlich offenbar wegen schwerer häuslicher Gewalt festgenommen worden. Nach einem Bericht von TMZ war die 31-Jährige am vergangenen Samstagabend gemeinsam mit ihrem Freund in Beverly Hills unterwegs, als es zu dem Angriff gekommen sein soll. Demnach hatte Franskas Liebster die Polizei eingeschaltet, nachdem er von seiner Freundin derart heftig attackiert wurde, dass er sogar sichtbare Verletzungen aufwies. Die Schauspielerin, Olde, wurde daraufhin zwar zunächst von Beamten festgenommen und verhört, kam gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar, umgerechnet rund 45.944 Euro, jedoch wieder auf freien Fuß. Was der Auslöser für den handfesten Angriff auf ihren Partner war, blieb unklar. Ebenso, ob es sich bei dem Opfer um Schauspieler Alexander Wraith, 40, handelt, mit dem die Eastwood-Tochter seit 2017 offiziell liiert ist. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, der 2018 das Licht der Welt erblickte. Auf eine Anfrage von TMZ wollte Franskas Management zunächst keine Stellungnahme zu dem jüngsten Vorfall abgeben. Auch bei Instagram, wo der 31-Jährigen mehr als 180.000 Fans folgen, äußerte sich die Blondine vorerst nicht zu den Gewaltvorwürfen. Untertitelung des ZDF, 2020